Ein paar freundliche Nachfragen dazu an Valerie Höhne vom Berliner Tagesspiegel. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Frau Höhne, es scheint ja doch Bewegungen zu kommen in die Migrationsdebatte. Nancy Faeser hält nun also stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien für möglich. Scholz plädiert für konsequentere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern. Woher dieser plötzliche Sinneswandel? Ich denke, es ist vor allen Dingen der Rechtsruck in Deutschland, also die Umfragewerte der AfD, die einfach nicht runtergehen. Und auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass das Problem eben die Kommunen an die Grenzen der Machbarkeit führt. Also es gibt auf der einen Seite, ich glaube, beide Dinge muss man trennen. Auf der einen Seite hat man die Kommunen, die überfordert sind, die überlastet sind. Auf der anderen Seite hat man in der Bevölkerung einen Hang zu einer populistischen, in Teilen rechtsextremen Partei. Und beides zusammen ergibt eine Gemengelage, in der die Bundesregierung natürlich sagt, okay, jetzt müssen wir was machen. Auch wenn die AfD in Nordhausen gerade in Schach gehalten werden konnte. Trotzdem interessant, dass Frau Faeser jetzt bei stationären Grenzkontrollen von ihrer bisherigen Haltung abrückt. Ich sage mal, ein Schelm, der hessisch dabei denkt. Aber im Ernst, bringen denn Grenzkontrollen wirklich etwas, wenn Menschen, die Asyl beantragen, an der Grenze ja doch zunächst durchgelassen werden müssen? Ja, das stimmt. Das sind, ich glaube, also das sind, es gibt viele Menschen, die da tatsächlich Asyl beantragen. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die bereits in Polen Asyl beantragt haben. Die können dann zurückgewiesen werden. Es kommt also darauf an, ob die polnische Regierung daran ein Interesse hat, Menschen durchzulassen oder nicht. Und im Moment sieht es ja so aus, als habe die polnische Regierung daran Interesse, Menschen nach Deutschland durchzulassen. Das ist sozusagen auch ein Teil des Problems und tatsächlich können die Menschen dann nicht abgewiesen werden. Sie müssen dann hier auch aufgenommen werden. Aber es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob man schon an der Grenze erkennt, wer ins Land kommt oder nicht. Also ich glaube schon, dass Grenzkontrollen da zumindest ein Gefühl der Kontrolle geben können. Natürlich werden sie das Migrationsproblem, das wir im Moment sehen, nicht lösen. Das ist ja klar. Noch knapp zwei Wochen bis zur Bayernwahl, wo ja der CSU ein historisch schwaches Ergebnis droht. Deutlich unter der 40-Prozent-Marke, höchstwahrscheinlich. Hilft es da wirklich, wenn sich ein Alexander Dobrindt für Asylzentren in Drittstaaten ausspricht, wo über Asylanträge dann entschieden wird? Fast schon nach britischem Vorbild allerdings. Auf der Insel ist ja das Vorhaben, Flüchtlinge in Ruanda quasi zu parken, dann doch schon von Gerichten gestoppt worden. Ich glaube, dass die Union in diese Richtung weiter diskutieren wird, weil sie ja gesehen hat, dass 2016, 2017 fortfolgende der EU-Türkei-Deal vor allen Dingen geholfen hat. Die Zahlen derjenigen, die nach Europa kommen, zu begrenzen. Und ich denke, dass sie tatsächlich in diese Richtung weiter diskutieren werden, auch nach der Bayernwahl. Und natürlich glauben sie, dass das jetzt was bringt. Ich halte es ehrlich gesagt ein bisschen für offen, ob dieses Aneinanderketten von Söder und den Freien Wählern, also von der CSU und den Freien Wählern, ob das wirklich so viel gebracht hat. Das würde ich in Frage stellen. Die Debatte wird innerhalb der Partei sicherlich weitergehen. Aber zunächst einmal ist der Parteichef am Wochenende mit einem Rekordergebnis, nämlich von 96,5 Prozent als Parteichef bestätigt worden. Wie deuten Sie diese überwältigende Zustimmung der Delegierten für Markus Söder? Kommt die wirklich von Herzen? Das glaube ich ehrlich gesagt, also das wage ich zu bezweifeln, ob diese Zahlen so nochmal sein würden, wenn er in Bayern jetzt bei der Landtagswahl deutlich unter 40 Prozent landet, was ja im Moment so aussieht. Dann glaube ich nicht, dass die Delegierten ihn nochmal mit 96 Prozent wählen würden. Im Gegensatz zur CSU liegen oder legen die Freien Wähler aber in Umfragen weiter zu. Die liegen jetzt sage und schreibe bei 17 Prozent. Wie ist zu erklären, dass Ihnen die Aiwangersche Flugblatt-Affäre offenbar kaum geschadet hat und der CSU wiederum diese Affäre kaum genützt hat? Ehrlich gesagt, ich glaube, das fragen wir uns alle so ein bisschen. Ich glaube, auf der einen Seite ist es vielleicht so eine Art Backlash gegen eine vermeintliche Öffentlichkeit, die eine vermeintliche Jugendsünde so aufgearbeitet hat. Wobei es ja nicht um die Jugendsünde tatsächlich geht, sondern um seine Aufarbeitung dessen, die ja weniger als zufriedenstellend war. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dadurch, dass Söder von Anfang an gesagt hat, ja, wir koalieren wieder mit den Freien Wählern, hat er ja im Prinzip gesagt, eine Stimme für die Freien Wähler ist auch eine Stimme für diese Koalition, eine Stimme für die CSU. Das heißt, viele CSU-Wähler könnten sich jetzt berufen fühlen, die Freien Wähler, aus welchen Gründen auch immer, zu unterstützen. Obwohl sie normalerweise CSU wählen würden, gäbe es nicht diese Koalitionsaussage. Wer weiß, ob man das bei den Freien Wählern auch so sieht. Jedenfalls hat Hubert Aiwanger letzte Woche erklärt, er wolle in Zukunft bayerischer Wirtschaftsminister bleiben, könne sich aber auch nach der nächsten Bundestagswahl einen Wechsel nach Berlin vorstellen. Allerdings muss man sagen, stehen die Freien Wähler bundesweit deutlich unter der 5-Prozent-Hürde. Außerdem fordert er jetzt schon vorsorglich mal ein viertes Ministerium im Freistaat, nämlich das Agrarministerium. Dem hat Söder ja auf dem Parteitag eine deutliche Absage erteilt. Ist das jetzt auf Aiwangers Seite reine Hybris oder ist das schon irgendwie auch taktisch bedingt, mit Blick auf die Zukunft der Koalition in München da so einen auf dicke Hose zu machen? Ja, es ist bestimmt taktisch bedingt. Das Landwirtschaftsministerium ist sehr wichtig in Bayern. Deswegen hat Söder denen ja auch sofort eine Absage erteilt. Ich glaube, wir müssen in der Bundespolitik schauen. Also wenn die Freien Wähler das jetzt tatsächlich in diesen Sprung schaffen würden, über 5 Prozent, dann müssen wir uns natürlich fragen, in was für einer zersplitternden Parteienwelt wir möglicherweise nach 25 aufwachen werden, in der es die AfD gibt, in der es dann Freie Wähler gibt, in der es möglicherweise eine Partei von Sarah Wagenknecht gibt, wo kaum noch jemand miteinander oder mit diesen Parteien dann koalieren kann. Was Aiwanger und Söder zumindest verbindet, ist, dass für beide die Grünen der Hauptgegner sind, den beide gerne auch so als ja irre, wirklichkeitsfremde Veganer darstellen, die der Menschheit ihre Ideologie aufzwingen wollten. Letzte Frage mit der Bitte um eine kürzere Antwort. Verfängt denn so ein Zerrbild von den Grünen? Und wenn ja, bei wem? Ich glaube schon, dass das verfängt. Das sehen wir auch gerade in den Umfragen. Ich glaube, das verfängt vor allen Dingen bei denen, die ohnehin veränderungsmüde sind und nicht mehr viel Lust auf Veränderung haben. Gut, dann bleiben wir zumindest dabei, uns immer wieder neu erfinden und auch bewegen zu wollen. Das gilt für Bonn hier genauso wie für die Hauptstadt, wo Valerie Höhne uns heute Rede und Auskunft gegeben hat. Danke Ihnen und einen schönen Tag nach Berlin. Vielen Dank.